Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Pros Spielen. Ich hatte es ja schon angekündigt, zumindest auf Twitter, ich weiß nicht, ob jeder von euch mir da folgt. Es wird tatsächlich um die gute Karma gehen, denn Karma wurde im letzten Patch gebufft und das war ganz ordentlich. Das heißt, der Movement Speed vom E, der ist jetzt noch ein bisschen krasser und gleichzeitig ist der Slow vom Q auch ein bisschen krasser. Wobei der Movement Speed ist nicht krasser, der hält länger, aber der Slow ist stärker geworden. Und das ist tatsächlich eine Änderung, die für Solo-Lank-Karma wichtiger ist als für Support-Karma. Das waren gerade mal wortlos, der hat ein bisschen länger gedauert, als er normalerweise dauern sollte. Olaf, what's your fucking plan? Okay, na gut. Ich werde schon mal Q-Skillen, weil das hier wird auf jeden Fall eine Q-Situation. Wir counter-invaden jetzt den Invade der Gegner. Das ist auf jeden Fall schon mal 4000 IQ vom Start weg. Ich glaube, ich kann jetzt noch einen Ticken leiser machen. Oh Gott, ich habe... Uff, okay. Na gut. Also, die Gegner haben scheinbar, wenn der ein Top-Seite invadet. Das heißt, wenn ihnen jemand über den Weg läuft, dann bin ich das. Hip-Hip-Hurra. Ich spiele gegen Yasuo, ist nicht unbedingt das leiteste Match-Up. Es wird ja hauptsächlich um Ticken-Karma gehen. Man kann Karma aktuell auf drei Positionen flexen. Man kann sich Support spielen, kann sie Midlane spielen, man kann sie Toplane spielen. Jeder Spielstil unterscheidet sich ein bisschen. Support-Morgana baut andere Items als Midlane-Morgana und auch als Toplane-Morgana. Ja, generell halten die Items von Karma allerdings immer vom Gegner-Team und vom eigenen Team ab. Das heißt, wenn ich hier einen Gin habe, muss ich mir nicht unbedingt einen Ahnen-Sensor holen. Ja, das sollte relativ klar sein. Yasuo ist deswegen ein bisschen unangenehm in der Welt, weil er den Q natürlich mit der Woodward blocken kann und generell natürlich auch ein kleiner Nerv-Idiot ist. Wir spielen das Ganze mit Kleptomancy. Das bedeutet, wir versuchen mal wieder, unser Gold-Ausseit zu maximieren, während wir den Gegner maximal auf die Nerven gehen. Ansonsten, Free Boots, wie immer, Biscuits, wie immer, ihr kennt das, das ist so Standard. Das Einzige, was ich hier bei Karma anders mache als auf anderen Champions, ist, dass ich für Cosmic Inside gehe. Und das ist das, was dir nochmal 5% extra CDR gibt und was auch nochmal Item-Cudon-Reduced etc. Yasuo macht das übrigens ganz gut. Ich komme bis jetzt noch nicht wirklich dazu, Klept so irgendwie zu proggen. Gerade gegen Yasuo gehe ich gerne für W auf Level 2. Hat den Vorteil, dass ich in so einem Trade jetzt hier sagen kann, okay, dann lass uns das doch einfach mal machen, mein Sohn. Und da merkt er auch, okay, ist relativ coole Heilung. Gleichzeitig habe ich auch noch zwei Kleptobox daraus bekommen. Das heißt, irgendwer da oben ist auch kein Yasuo-Fan. Okay, das hätte ein Flash-Knockup werden können von Rek'Sai. Deswegen habe ich da ein bisschen gepanickt. Ich glaube, er hätte einen Flash-Knockup sogar durchbringen können, sofort am Anfang. Oh, ja, Q-Range, ein bisschen unterschätzt. Muss hier ein bisschen aufpassen. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt die Situation, wie man so eine Lane starten will. Aber denkt dran, ihr habt die Kekse dabei. Ihr habt immer nochmal ein bisschen Exo-Sustain. Der kommt früher oder später. Das heißt, selbst wenn eine Lane am Anfang kacke läuft, bist du nicht immer sofort recoinert. Wir starten hier mit Corruption Potion und haben danach dann eben die Option, mit den Keksen wieder hochzuhalten. Und deswegen könnte man hier auch wieder für längere Heilung etc. von Buffs gehen. Also längere Potion-Dauer. Aber Cosmic Inside hier eben, oh, what are you doing, man? Okay, door, das Smite war sick. Okay. Ja, okay. Der hat aber richtig Bock, der Junge. Okay, 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 okay. Das ist okay. Holy shit. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass der den komplett verdrömmert. Hätte wahrscheinlich hinmoven sollen. Aus meiner Sicht war die Situation feind, weil der Blue-Buff schon weg war. Wenn der Blue-Buff doch da gewesen war, hätte ich verstanden, warum der Olaf da unbedingt fighten will. Aber Olaf, der low geht, hat natürlich auch eine Tech-Speed und einen Lifestyle. Der ist komplett insane. Ähm, did you so flash? Äh, Rex hat auf jeden Fall geflasht in der Szene. Holy shit. Also dadurch wird der Olaf natürlich relativ dick werden. Reden wir ein bisschen noch über, was macht Karma auf der Top-Lane aus. Karma macht aus, dass sie mit extremst geringen Coo-Downs an sich gesegnet ist, die du quasi über Coo-Down-Reduction nochmal weiter runter donnerst. Über den Cue gerade im Early- und Mid-Game sehr effektiv poken kann. Und später, wenn sie zu den Team-Fights dazukommt, fast unkillable ist. Selbst wenn sie nur Resistenzen stackt. Und das tut sie relativ oft. Oder massiv viele Resistenzen stackt. Wo andere normalerweise Leben nehmen müssten. Weil sie halt eben über das Schild permanent quasi extra Leben bekommt, wenn man das so nennen möchte. Und das ermöglicht ihr Item-Bild zu gehen, die andere nicht unbedingt gehen. Und gleichzeitig ist sie dadurch natürlich auch extremst wertvoll für ein Team. Weil sie natürlich ein Team-Solo an Leben halten kann. Ihr habt die Empower-Möglichkeiten bei Karma. Das heißt, ihr könnt immer entscheiden, welchen Spell ihr quasi in dem Moment nutzen wollt. In ganz, ganz vielen Fällen wird das der Cue sein. Später im Spiel allerdings nicht mehr. Ihr seid nicht, wenn ihr Karma spielt, spielt ihr nicht per se ein Damage-Dealer. Sondern ihr spielt einen Supportive-Charakter, der durchaus Carry-Potenzial hat. Aber pst, das müssen wir ja niemandem verraten. Ich starte ganz gerne hier einfach mit Sheen und nochmal der Klopf-Armor. Normalerweise würde ich auf 1050 Gold recoilen. Wenn ich gegen sowas wie Yasuo spiele, die, sag ich mal, durchaus All-In-Potenzial haben, warte ich immer, bis ich mir noch eine Klopf-Armor holen kann. Core-Bit auf jeden Fall für mich das stärkste Item. Ice-Bong-Gaunt-Bit, super stark. Ice-Bong-Gaunt-Bit hat normalerweise das Problem, du kriegst kein Leben, aber du kriegst halt eben die Schilde und dadurch funktioniert das Ganze relativ gut. Was auch noch so eine kleine Sache ist, nächstes Jahr für den Spade-Oi, der ist super wichtig. Wenn ihr den aktiviert, dann haltet ihr euch für über 20% eures fehlenden Lebens. Und wenn die zweite Zahn trifft, nochmal. Das bedeutet, dass ihr damit unglaublich viel Sustain habt in Situationen, wo man das nicht unbedingt von der Karma erwarten würde. Ich denke, man würde das generell nicht von der Karma erwarten. Kleptomancy gegen Yasuo, stetig zu Proc, ist natürlich relativ schwer. Da sind andere Match-Ups angenehmer. Ich habe zum Beispiel gegen den Jaxx gespielt, die habe ich kaputt gelacht. Ich habe den ganzen Tag der Auto deckt. Irgendwann hat der angefangen, sein Ehe einfach nur zu nutzen, damit ich keine Kleptoprocs mehr kriege, weil es ihm so oft die Nerven ging. Verständlich, aber eben natürlich auch sehr, sehr witzig. Zuerst ist das hier alles fein. Das ist eine recht entspannte Lane. Ihr wollt immer mit Karma ein bisschen mit der Wave spielen. Das heißt, ihr wollt die im Normalfall so gegen euch stacken lassen, dass ihr halb neben der Wave steht, weil ihr mit Karma, dadurch, dass ihr euch das Shit geben könnt, besser Waves auch mal freezen könnt. Das heißt, wenn der Gegner tatsächlich sich zu lange nicht zeigt, dann könnt ihr einfach sagen, okay, you know what, dann freeze ich halt mal die Lane weg. Und das ist ein sehr, sehr guter Vorteil. Ansonsten seid ihr darauf angewiesen, natürlich euren Gegner immer wieder zu poken. Also das hier mache ich jetzt zum Beispiel. Ich sage, okay, okay, Yasuo, willst du recoinen? Nee, cool. Lasst doch mal dann tanzen. Okay, der Tanz ist unterm Turm. Das ist nicht der beste Tanz. What the fuck? Also der wäre ja auch so gestorben. Vielleicht hatte der in letztem Moment noch Vision of Olaf bekommen und hatte mit seinem Leben schon abgeschlossen. Anders kann ich mir das hier gerade nicht ganz erklären. Wir wollen das Ganze natürlich jetzt Hard Pushen. Das war jetzt nicht so der härteste Hard Push meines Lebens, weil ich unbedingt auch noch den Cess haben wollte. Das heißt, immer wenn ihr merkt, ihr habt so einen kleinen Push verkackt, dann stellt ihr euch einfach hier vorne und versucht die Minimates so zu nehmen, dass die Minutes noch in den Turm laufen. Das lässt sich allerdings auch nicht immer umsetzen. Yasuo ist jetzt Level 6 und ich habe eine sehr unangenehme Lane-Situation vor mir. Das heißt, ich werde das jetzt versuchen mit Manta-Qs zu Hard Pushen, während mein Yasuo schon wieder, mein Olaf schon wieder Bock auf den nächsten Gank hat. Oh, der hat den Knock-Up gemisst. Was macht der Yasuo denn? Also es ist, wie gesagt, immer derselbe Account, Leute. Also ist jetzt nicht der Talentierteste in der Wanne. Da will ich mal ganz ehrlich sein. Aber wir haben alle mal ein schlechtes Game-Denktal. Ich habe zum Beispiel sehr unschön gefunden, dass unter meiner letzten Folge mein Kickter-Team hat die ganze Zeit den U-God geflampt, wie so komplette Trottel. Und ihr habt das dann auch gemacht in den Kommentaren. Wir sind hier Teil einer Community, wo man sowas nicht macht. Wir benehmen uns. Ihr benehmt euch, ich benehm mich. Dann ist der Plan. Wir versuchen da einfach immer ein bisschen relaxter zu sein. Und so seid das bitte auch. So, es lohnt sich einfach immer wieder zu schreiben, weil euer Giangler freut sich. Denkt sich, oh cool, das ist ihm aufgefallen. Ihr habt dadurch nichts verloren. Und gleichzeitig freut sich auch die Bot-Name, weil sie denkt, oh, da oben sind sinnvolle Dinge passiert. Und jetzt soll er runterkommen. Da freuen wir uns alle sehr. Ja, so an sich. Also ich habe jemand, der unglaublich gerne tankt, kam auch schon im Beispiel des Shakuras, heißt er. Ist jemand, den ich sehr respektiere, weil er früher auch den Gold-Effizienz-Spreadsheet gemacht hat, was ich lange Zeit genutzt habe. Arbeit mittlerweile bei Riot. Und der hat geschrieben, dass Yasuo für ihn eins der auf dem Papier unangenehmsten Match-Ups ist. Er ist allerdings sehr gerne spielt. Und ich kann auch relativ hart relaten. Weil es ganz oft so ist, dass ihr den Ultimate-W gegen Yasuo's insane gut nutzen könnt. Gleichzeitig, dass Match-Up allerdings auf dem Papier nicht unbedingt geil aussieht. Und für mich sind dann eher, also ja, es gibt wenig Match-Ups, die ich richtig schlimm finde. Ich glaube, Fiora ist unplayable tatsächlich, weil sie euch einfach outskate und sie immer euren W quasi ja beantworten kann. Weil ich da oben ein Turut-Playt, wenn ich den Wort kliere, nee, ne? Ey, es sollte fein sein. Ich habe das Gefühl, dass er Yasuo auch nicht mehr so viel Lust hat zu spielen. Kann ich mir jetzt nicht direkt verübeln. Iceborne-Gauntlet, deswegen natürlich auch so gut, weil ein Gegner permanent Slow, bevor wir jetzt auch einmal in die Diskussion kommen können, was kann man sonst an Runen mitnehmen, weil ich kenne euch einer hier, da sind die Kommentare ja schon voll. Warum nimmt man nicht XY? Und die berechtigste Frage ist wohl, warum nimmt man nicht die Slow-Rune? Ich glaube, man kann die Slow-Rune durchaus nehmen. Gerade auf der Midlane ist das definitiv machbar. Ich glaube tatsächlich, dass es auf der Top-Lane nicht unbedingt worth ist. Oh shit, ich hätte reintippen sollen. Das wäre ziemlich gut gewesen. Ist der Yasuo jetzt wirklich einfach auf K? Ich meine, der wäre ein bisschen lame. Also in dem Game kann er kaum sein. Jungle-Up-Lame. Yasuo auf K, I guess. Ja, da hat unser Jungle-E mal kurz den Yasuo aus dem Game gedonnert. Oder war der irgendwo und ich habe es nicht mitbekommen. Ab und zu aktiviere ich hier einfach den E, um mein Iceborne-Gauntlet zu procken. Ich aktiviere den E, weil er 10 Mana weniger kostet. Gleichzeitig ist der E allerdings auch ein bisschen wichtiger, wenn ihr dann Gegner trefft, weil ihr mit dem Movement Speed vom E herauslaufen könntet. Ey, Yasuo ist tatsächlich afk. You gotta be shitting me, ey. So, Leute. Mach ich denn damit jetzt? Was war das für einen Zweitkanal? Übrigens ist es völlig egal, wie viele Leute einen Typen reporten. Und tatsächlich ist es nicht erlaubt, nach Reports zu fragen. Ist ein bisschen weird, aber so ist die Riot-Auslegung. Generell ist es so, dass quasi jeder Reporting-Game fleckt. Bedeutet, es wird sich dann angeguckt vom Algorithmus. Und da ist es scheißegal, ob es einmal gefleckt wurde oder dann neunmal. Was beschissen ist, wenn ich das mal kurz mal sagen darf. Also, ich halte es für kompletten Unfug, dass es so ist, wie es eben ist. Aber so ist es. Deswegen könnt ihr euch das einfach sparen. Interessant. Die Korte jetzt hier aber sehr viel Bock auf mich. Ich werde das hier einfach ganz entspannt spielen, ne? I don't really care. Ich kann sie jetzt hier auch wieder snaren. Ich habe auch ganz schön viele Kekse und alles. Oh, what? Äh, noch ein Keks. Gut, noch ein Keks. Komm ich da noch ran? Ne, komm ich nicht. Na gut. Ja, ich muss sagen, Karma kommt mir extrem stark vor. Ich weiß allerdings noch nicht, ob ich sie auf der Midlane-File spielen werde, weil es halt eher so... ...semi-geil ist. Wenn du gegen Leute spielst, die einfach mehr Rage haben. Das ist nie so richtig schön. Hm, ich habe nicht noch ein Schild für ihn, aber es sollte auch fein sein. Ich möchte, dass die das hier aber auch defen dann. Richtiges EU-West-Open-Ding. Ich kann ihn hier aus der Distanz immer wieder supporten, aber ich kann da nicht wirklich rein. Das heißt, wenn er da reingeht, wird er sterben. Hui. Ich muss sagen, bei so Champions wie Karma, wo du auf viel Movement-Speed gehst, ist es immer, finde ich, relativ tricky. Oh, fucking Ignite. Ohne das Ignite hätte ich mich da deutlich mehr gehylt. Ja, das ist so ein typisches EU-West-Open, ne? Darüber mimt man ganz gerne. Hm. Das Bild-Visage ist relativ strong, weil es da eine Heilung über die B auch nochmal hört und weil es die halt Leben und MR gibt. Das heißt, du bist insane-tanky. Ansonsten aggressivere Itemwitzes aus wie Rod of Ages, aber ich finde Rod of Ages relativ bad. Also Shakira das Spiel ist, weil der Katalysator gut findet. Und ich verstehe auch die Idee. Und du kriegst halt extra AP, aber ich finde es ehrlich gesagt nicht gut genug. Die piche ich jetzt einfach hoch. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt wünschen sollen oder nicht. Respekt dir beides, ne? Ich spiele von mir aus so ein 5 gegen 4. Try. Ein bisschen Sorge, dass die mich hier collapsen und irgendwie sonst was machen. Ich muss sagen, der Yasuo hat dafür, dass der so scheiße gespielt hat, ist es halt echt Hard-BM dann auch noch zu lieben, ne? Also es ist generell immer Hard-BM zu lieben. What I mean. In dem Fall spiele ich auch Minions? What? Achso. Ich war auf der U-Hit und nicht auf dem Dings. Ja, ich werde das hier oben runterpushen. Über Iceborne-Gauntlet könnt ihr die Caster-Minions dann immer noch kehren. Das heißt, ihr solltet den Iceborne-Gauntlet nicht so wie ich da auf dem... Irgendwohin donnern, ihr solltet immer versuchen, dass ihr damit die Caster-Minions auch noch hittet. Also solche Games nehme ich selten. Solche Stops gibt es natürlich, aber das ist ja eher unattraktiv, wenn man mal ehrlich ist. Ich muss sagen, es ist immer strange, wenn die Hälfte des Teams surrendern wir in die andere Hälfte nicht, ist das einfach für alle Beteiligten kacke. Weil wir können das hier nicht völlig finishen, auch weil Olaf hier die Wave nicht stacken will. Why ever. Das ist so... Really basic at least. Die ULT-Ws sind tatsächlich für euch super wichtig, die ULT-Es sind fürs Team super wichtig. Das ist so ein bisschen der... ...der entscheidende Clou. Ihr könnt übrigens Klepto-Pocken an den Dingen. Ich habe mir jetzt gebetet, da reinzurennen. Aber ich glaube, ULT-Q ist wirklich im Late-Game komplett Troll. Also wenn ihr jemanden seht, der das macht. Wie groß. Schönes Ding von der Zoe. Ich speete keine Minions. Ja, aber cool, wenn es so wäre. Zumindest so Giga-Minions hier würde ich gerne schilden können. Bei Olaf ist doch das Witzige, wenn du ihn schildest. Es ist natürlich trotzdem so, dass... Oh, come on. Really? Es ist trotzdem so, dass er seine Tech-Speed-Jahr bekommt, weil er ja trotzdem als Low gilt. Ah ja. Äh, BGWP. Ähm, ja. Schade. Macht mal nix. Habt ihr allerdings mehr auf dem zweiten Kanal. Jemand hat ja gesagt, er würde sich wünschen, dass ich da auch den Damage-Dave-Kampf anzeige. I mean, why not? Mach ich gerne. Platin 1 immer noch. Fünf Daya-Promos runtergerannt gefühlt. Ja, das war Karma Top. Habt ihr schon auf dem Main-Kanal gesehen, aber hier auch auf dem zweiten Kanal. Viel Spaß.